Jooooooooooooooooooo Süßsul und willkommen zurück zur vermutlich vorletzten Aufnahme von Die Sims 3 hier bei Familie Jäger. Ja, es ist der letzte Tag vor Sakuas Geburtstag, denn sie wird am Samstag, also morgen in Sims, zum Kind werden, da werden wir keine Feier machen, also in kleinen Kreisen natürlich nur die 3 hier, da kauf ich einen Geburtstagskuchen und dann werden wir hier schön feiern, wird es zum Kind werden und es wird noch 4 Folgen insgesamt geben und dann wird die Sims für dieses Jahr verendet sein, da habe ich 50 Folgen die Sims und nächstes Jahr gehen wir dann zur Kunterbund, das heißt praktisch mit dem Wechsel von dieser Familie zum Kunterbund endet erstmal, ist erstmal Pause, dass mal ein bisschen Ruhe einkommt, Weihnachten drüber, das heißt nächste Woche noch 2 Folgen und dann ist das Ding gegessen für dieses Jahr. Zur kleinen Information, ich würde sagen wir gehen direkt in Medias Reh, er ist arbeiten, Chloe ist wach, das ist schön oder auch nicht, guck mal du kannst aufstehen. Du möchtest gerne in die Stadt gehen, so wir haben auf jeden Fall, ja da rastet sie schon wieder aus, du hast verdammt Hunger, das heißt du wirst erstmal hier Windel wechseln, musst du Windel wechseln, nein du brauchst aber sozial, das heißt wir werden erstmal kitzeln und kuscheln und ein wenig im Hochstuhl füttern, genau dann kannst du in der Zeit auch mal gleich was schnappulieren, ja ja was ist denn da passiert, ist die Waschmaschine kaputt oder die, 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 die Dusche, was ist da los. Sieht ja aus, als wäre die Dusche, Sarkorie absitzen, genau, wir können die Kleidung nicht aus dem Trockner reden, okay wir müssen erstmal, ich weiß nicht ob das im Back ist oder ob das, gut wie geht es dir soweit, da könnte man mal wieder füllen, ansonsten der Garten sieht ungewöhnlich, dabei zu verweigen, ja okay wir müssen mal gleich hier hin, ähm, das machen wir gleich, erstmal ein bisschen, ja ja ja, es gibt gleich wieder ein Brei, letztes Mal heute, vielleicht nochmal morgen und dann, wirst du zu einer kleinen Prinzessin, oder du wirst unsichtbar, eins von beiden, ah jetzt ist sie sauber, wir sind sauber, ich glaube wir sollten uns mal einfach einen Trockner holen, einfach, damit das ein bisschen schneller geht, das ist natürlich schön hier, aber, ich glaube wir könnten auch einen Trockner uns holen, ähm, da müssten wir ein bisschen Platz machen, ich meine das Ding kann ja bald weg, könnten, ja wir könnten vielleicht, also ein Trockner glaube ich, würde eine gute Investition sein, um das zu sparen, dann könnten wir hier noch was anderes hinstellen, äh, zum Beispiel, den Sprogekäfig könnten wir denn hier hinstellen, müsste er nicht draußen da irgendwie, verstehst du? Ja, ja, du bist fertig, das heißt, du kriegst, ähm, na toll, jetzt haben wir ja nichts, was zu essen gegeben, wieso, ja, das ist nicht ausgerissen, du kriegst gleich was zu essen, ja, noch ist sie fröhlich, aber leicht, dann wird sie sauer, so, dann gehst du mal schnell duschen, ähm, guck mal, aber ich denke, hier kann er auch, hier kann er auch rausfliegen, ja hundertprozentig, oder? Wenn dir die Tür offen ist, dann kann er ja auch bestimmt rausfliegen, aber ich finde das hier immer, draußen, äh, bisschen schwierig, weil irgendwie müssen wir mal rauslatschen, und ein Vogel hat normalerweise hier unter, ist ein bisschen sicherer. So wird ein Shooter, ach ich liebe das einfach, das ist so, das Haus sieht schön aus, ne, es ist ja auch ein bisschen, an mein Haus orientiert, und einfach, dieses normale Familienleben, ohne, so, guck mal, wüsst mal die Pfütze auf, ähm, so, dann kannst du mal gleich hier, ähm, äh, äh, Winde wechseln, und noch ein bisschen kuscheln, und dann, äh, äh, hier absetzen, Halt, erst mal möchte ich ihr, dass sie, dass sie was anderes anhat, Auto wechseln zu, ähm, Alltag, wir haben noch gar nicht ihre, Kleidung gesehen, ne, die andere, können wir noch mal schnell, und zwar die Outdoor-Kleidung, und dann, obwohl das ist ein bisschen, ne, komm, wir, wir gehen mehr, ne, zum Geburtstag ziehst du ja ein Kleidchen an, Autorkleidung brauchst du nicht, ähm, Alter reicht aus, und dann kann sie, abgesetzt werden, dann, wutschen wir, wutschen wir, die Pizza auf, dann holen wir die saubere Wäsche, dann würde ich sie noch einmal aufhängen, ja, wir machen das erst, wenn das Töpfchen weg, also wir warten noch ein bisschen, genau, okay, erst gleich Feierabend, so, dann kannst du die saubere Wäsche aufholen, dann kannst du säubern, füttern, ne, erst mal füttern, dann säubern, und dann kannst du, äh, dich mal um den Garten, doch mal kümmern, ähm, das muss jetzt auch mal, ja, es ist stressig, aber so ist das Leben, so, Tage war verbracht, das ist toll, und natürlich Sonnenschirm aufstellen, nicht vergessen, sie ist Vampirin, guck mal, ich finde das schön, wie er herumfliegt, der kleine Vogel, kleiner Vogel, auf einer Blumenwiese, mit so, oh, ja, das sieht schon wieder sehr vollgeschossen aus, aber so ist das Leben, so, fährst du nach Hause, das ist schön, danke, oh, du musst fast sowas von essen, und zwar, Müsli, 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 und da brauchst du Spaß, ähm, ich glaube, du wirst einfach mal Gitarre spielen, oh, was, warum liegt hier Wäsche rum, was, hallo, hallo, äh, du kannst einfach mal zocken, wir haben da oben ne, wir haben da oben so ne, geile Anlage, äh, kannst dann mal ein bisschen, Sport spielen, so, ah, sie kümmern sich schön darum, bevor du das machst, wirst du mal hier ihn füttern, und dann kannst du ein bisschen zocken, wir können natürlich die Video, warte mal, wir können natürlich irgendwie machen, dass ja eigentlich hier gedacht werden, als, wir sind da ein bisschen bescheuert, ähm, also, ne, wenn man schon die Sachen hat hier, ja, so, ne, also, es ist ja auch ein bisschen, wär ja albern, okay, okay, du schlicht da ein bisschen Weg rum, du kannst, du kannst mal, aufs Töpfchen gehen, und danach mal ein bisschen, ja, hier spielen, so, Fotografie, da ist ja die Kamera, die muss ja noch, das ist ja eigentlich für ihn gedacht, kann er ins Inventar legen, denn mal, oh Gott, das ist ja, ähm, ich glaube, das ist kaputt, kann das sein, ja, es ist vertrocknet, toll, aber ich glaube, das ist passiert, ist ja auch normal, dass man Sachen ver, 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 stopfen, äh, ich denke mal schon, dass das auch normal ist, ähm, ich glaube, die Sonne sollte jetzt nicht mehr so stark sein, okay, die sollen wir einfach mal machen, und du zockst da schön, achso, natürlich hier hin, ich dachte gerade, wo ist er denn, alles gut, okay, okay, äh, okay, er ist jetzt ein Nerd, na, das passt doch eigentlich, apropos, haben wir eigentlich hier, oh, 12.000, ach, stimmt ja, wir hatten ja, ähm, okay, was können wir uns denn mal gönnen, immun gegen Kälte, gegen Hitze, hartherzig, nein, der nächste große, wir müssen was haben mit Reisen, äh, Stahlblasen, natürlich geil, Fingerstaubsauger, Sim in der Zukunft, äh, hol dir ein verbessertes Hilfwohnung, während der Aufmerksamkeit ist, ne, reich belohnt, erhalte beim Aschlefon gelegenheiten, bessere, das, oh, das wäre natürlich gut, beim Gelegenheiten, mehr Verdienstbooster, erhalte einen höheren Wochenlohn, und auf den erlegenden Auftrag, Interneunergeist, Verlesener Reisender, eine Reisegruppe, in der sich auch ein Verlesener Reisender befindet, kann länger im Urlaubsort bleiben, das passt natürlich auch, ähm, oh, das ist jetzt aber schwierig, also Unternehmergeist, Sim mit Unternehmergeist gewinnen, schneller an Erfahrung, und erreichen die höchste Stürfe der Karriereleiter, als andere, okay, das passt, Verdienstbooster, hält dann noch einen Wochenlohn, am Unternehmergeist, äh, finde ich bei ihm jetzt passender, weil er jetzt noch, erstmal Karriere macht, doch holen wir uns, und was hat sie 18.000, ach du liebes bisschen, was können wir uns denn da holen, immer auf der Liste, von Wölfen großgezogen, das war beabsichtigt, Lungen aus Stahl, Fälscherin, Urlaub, keine Re, keine Rechnung, äh, erstmal keine Rechnung, und, damit wir erstmal keine Ausgaben mehr haben, was los, was los, hier, warum weinst du, ich weiß nicht, vielleicht ist sie hingefallen, ja, und gleich der Baby, Schein, und selbst sie regt sich über ihr eigenes Geschrei auf, das ist das, okay, aber jetzt sind wir, wir müssen jetzt keine Rechnung mehr zahlen, das ist schon mal sehr gut, okay, einmal müssen wir nochmal die Rechnung bezahlen, das, ähm, dann ist aber erledigt, das machen wir mal, ja, ich weiß, das, das meine ich, eigentlich müssen wir was haben mit, vampirischer Sonnenschutz müssen wir uns mal herstellen, gibt's die nicht hier irgendwie, mh, vampirischer Sonnenschutz, das ist eigentlich was, was sie braucht, dann kann sie nämlich auch in der Sonne, das wäre perfekt, ähm, vampirischer Sonnenschutz, gibt's, hat sie noch nicht, okay, gut, da würdest du sagen, äh, einfach mal archivieren, genau, so, genug gezockt, wir zahlen auch mal die Rechnung, ein letztes Mal hoffentlich, oder müsste dieser Hausrat keine Rechnung mehr zahlen, ähm, das wäre schon sehr, oh Gott, da sind nochmal Rechnungen, was ist das denn, ich hoffe, das ist die Rechnung, nicht, dass da noch eine drin ist, ja, aber es wird dann die letzte wahrscheinlich sein, hoffentlich, bei denen werden wir nämlich auch, äh, wenn die auch da über die Runden kommen, ähm, und das nächste Mal würde ich auf jeden Fall das Attraktive machen, oder halt, Barmixere mal schauen, wenn wir, wenn wir die Wünsche erfüllen, dann wird es auch schnell wieder hochsteigen, ähm, ich meine, was hat er nochmal, was habe ich ihm jetzt gegeben, Unternehmergeist, das ist natürlich perfekt, das ist natürlich perfekt, so, du wirst jetzt erstmal schlafen gehen, ein wenig, obwohl du kannst, ne, du holst dir einen Kaffee, damit du morgen, äh, du, ne, du holst dir mal einen Kaffee, damit du ein bisschen durchhältst, so, erforschen, erforschen, und dann könntest du nochmal, äh, wenn du den Kaffee getrunken hast, schreiben, ähm, einen Artikel beginnen, können wir nochmal einen Artikel einfach machen, ähm, ich bin sehr gespannt, ne, Storys und Kritiken, ja, wir müssen Kritiken schreiben, ich weiß, was schreiben wir denn jetzt, ne, Artikel willen, Kritiken, schreiben, mehr, naja, mal schauen, ja, wir müssen Interviews führen, und so, ähm, Besuche Events in der Stadt, okay, 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 ja, ich verstehe, wir schreiben es mal, Geplänke der Reiche und Berühmten, na, das passt doch, so, so, gleich ist wieder Zeit, alles zu leeren, was geht, oder in eine Bar zu gehen, stimmt ja, wir könnten, wir könnten mal wieder eine Bar mixen, für Freitag, naja, müssen wir mal schauen, so, Zombifizierung gelernt, geil, so, dann gehst du mal auf Toilette, dann wirst du mal hier leer machen, muss mal leer machen, wo bist du eigentlich, ja, du sitzt da einfach, du süße Maus, so, jetzt machen wir hier ein bisschen Spiele, Spiele, wie ein großes Mädchen, Toilette, dann hat sie ein wenig Durst, so, gleich ist es nämlich soweit, und dann ist er voller Energie, und würzt er erstmal den Garten, ist der Garten schon, Garten ist glaube ich, ne, und er wird den Garten pflegen, er hat den Kaffee, er hat den Kaffee, solange der Kaffee ist, zwei Stunden, passt denn, und dann muss er schlafen, so, da schwimmen wir ein bisschen vor, ham, 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 sie wird ein richtig Genie werden, okay, jetzt haben wir die, äh, Power, jetzt hat sie noch ein bisschen, noch mehr Power, ja, komm mal, auf in den Garten, und dann lernst du Fähigkeiten, ja, ich weiß, nur noch, sag mal, wie viel trinkst du denn davon, so, du, äh, wirst deinen Artikel noch, ich weiß nicht, ob du das schaffst noch, ja, das ist eine stolze Mutter, ne, komm mal, Spule, 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 gleich ist, ja, wir, morgen, ne, es ist, äh, es ist Geburtstag, bald ist Geburtstag, 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 ja, das ist auch von dir, können Kürbiskuchen machen, aber, ähm, kann ja keiner essen, guck mal, wunderbar, wunderbar, sehr gut, wunderbar, wie viele, wie viel haben wir eigentlich jetzt von denen gesüpft, äh, 50 Stück, und guck mal, 3000, also, damit können wir wirklich, und von diesen Maubären, naja, 200, da sieht man den Unterschied mal, alleine eine schon 50, aber hier, ja, ja, ist ja ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, Spule, 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 wie siehst du, oh Gott, du bist gleich tot, okay, er ist, er ist Penny gegangen, hätte ich auch gemacht, das ist das Problem, bei Kaffee, so, komm, wir fliegen noch den Rest des Gartens, ähm, was war das denn, was war das denn, komm, ähm, wir geben hier was zu essen, und dann wirst du, zeichnen ihm, ne, ne, du wirst einfach hoch, äh, wieder, äh, was irgendwie gehabt, ähm, genau, zeichnen ihm, sie, ähm, 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 muss leider auch ein Träppchen benutzen, ähm, Andert geht er nicht. Alter, was denn? Warum kann... Sag mal, ist die Hingi... Fällt sie immer hin oder warum? Ja, Babys schreien immer, ja. Ich glaube, echt die Babys. Ja, ja, ist gut. Wir werden sie gleich.